Insekten als Nahrungsmittel Insekten als Nahrungsmittel sind eine ganz neue Kategorie in der Entomologie. Essbare Insekten, das fasziniert und polarisiert zugleich. Und jetzt, das neue Gebiet, essbare Insekten, bringt uns in eine ganz neue Sphäre innerhalb der Insektenforschung. Weltweit gibt es über 2000 bekannte Insektenarten, die von Menschen gegessen werden. Dieses Jahr, ab Mai, sind vom Lebensmittelgesetz her drei Insekten erstmals bewilligt worden. Es sind dies die Grillen, die Mehlwürmer und die Wandheuschrecken. Insekten sind äusserst interessante Proteinlieferanten. Sie bieten viele bekömmliche Fette, Mineralstoffe und auch Vitamine. Die Thematik der essbaren Insekten ist für die ZHW ein äusserst interessantes Thema. In meiner Semesterarbeit geht es vorwiegend darum, ein Insekt zu finden, das essbar ist, das ganze Jahr über produzierbar ist und vor allem keine Nahrungskonkurrenz zum Menschen darstellt. Der Schweizer Kongress Swiss End-to-Food gibt eine profunde Übersicht über die aktuelle Situation im Bereich von Wissenschaft, Wirtschaft, Behörden und Politik. Alles im Thema mit essbaren Insekten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Insekten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017